Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Spiel, ja Fishing Barons hier heißt es ne, ich freue mich dass ihr wieder dabei seid und Leute wir haben ja letzte Folge sehen zum Schluss oder ihr seht es noch unten rechts wir haben einen Job den wir annehmen können und bekommen dafür 41.000 Kronen würde ich sagen nehmen wir an auf jeden Fall bevor wir das machen würde ich ganz gerne das Geld gut gerade investieren wir brauchen 3290 Kilogramm Pollack also sprich Seelachs ähm ich muss gucken muss mal kurz was gucken ähm ich würde ganz gerne ah es geht nicht okay falsch gedacht ähm ich muss mal gucken wie das jetzt gerade aussieht mit äh 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 ich will nämlich sehen wie viel Kilogramm können wir aktuell laden ich weiß es nicht ich weiß es absolut nicht das fehlt mir noch so ein bisschen ah hier aha 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 okay ne line hooks okay engine power ne steht hier nicht so richtig drin naja wird schon wird schon gut gehen ähm das geile ist gerade was mir gerade einfällt wir haben sogar schon richtig bin ich hier falsch ähm Fisch Market da haben wir wir haben sogar schon die richtigen ah ne wir müssen noch baiten genau wir müssen noch baiten Makrelen waren es ne so für Seelachs genau immer hier Makrelen das ist ganz gut nehmen wir drei mit und sollen das in sieben Tagen packen das ist ganz gut dann würde ich sagen nehmen wir das an Accepted Check the Logbook for Details das machen wir und das Logbook war nämlich da so und unser Job ist hier ähm okay Pro is to keep up production ddddm ähm desperate need for need of additional fish the fishery is willing to pay dddm ja das kriegen wir hin so das ist gut das heißt wir legen los sieben Tage haben wir dafür Zeit das bekommen wir eigentlich hin und dann ähm genau gehen wir auf Karte Polak haben wir schon Einsatzgebiete sehen eigentlich ganz gut aus ähm ja ich würde ganz ehrlich ich würde jetzt mal sagen dass wir das so auslegen hier wir gehen mal auf Place Waypoints äh nicht ja doch wir gehen hier hin wir gehen hier hin da hin und da hin probieren wir jetzt einfach ich denke das geht gut äh warum geht nicht fast travel warum geht das nicht hier äh 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 wir können folgendes machen wir können 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 auf Dock gehen und dann gehen wir auf Upgrades und dann können wir sagen wir möchten Engine Upgrade 3 machen ich glaube das ist ganz gut so wir gehen wieder fischen so das ist glaube ich das ist glaube ich wir kommen ein bisschen schneller vorwärts super ja das läuft doch das freut mich das ist so gut stopp 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 wir haben was vergessen wir haben was vergessen seht das ich hoffe schon wir müssen nämlich unbedingt den Tank auffüllen Leute das dürfen wir nicht vergessen das ist ganz wichtig das wär's ja noch hier Malheur Malheur wäre uns da passiert Leute wir als Fishing Profis hier das das darf uns nicht passieren wirklich nicht so schnell an Dock gehen und dann haben wir Peschais hier zack und dann go fishing und dann geht's weiter das ist vielleicht auch noch das nutze ich vielleicht gerade zu krass aus es macht ja eigentlich also man kommt schon ziemlich schnell hier an und drückt dann den Button und normalerweise wird das ja ordentlich knallen hier weil wir müssen eigentlich langsamer anlegen das ist schon richtig so was haben wir denn hier muss ich ja mal gucken boah bin ich hier unterwegs ey das merkt man schon hier gerade ach das ist der Wegpunkt okay ja dann werden wir uns da jetzt hinsetzen ach ja was haben wir denn gemacht ne 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 das zählt aber nicht Monsieur das möchte ich aber nicht hier okay dann legen wir ihn mal aus zack dann gucken wir doch mal direkt hier fast an der Stadt ob das so gut ist ich weiß noch nicht so ganz aber riskieren wir es doch mal so nächster Ort ist hier und weiter geht's sprich ganz in der Nähe ob wir da erfolgreich sind werden wir sehen werden daraus lernen auch und ich glaube das ist auch nicht schlecht was wir hier gerade tun hab ich so ne vermutung es ist doch vielleicht nicht so geil es ist doch nicht so geil ich glaube wir sollten doch da hin wir müssen uns einmal absichern und müssen einmal hier hin unsere Lieblingsschlinge waren wir schon so oft ich glaube es lohnt sich ich glaube es lohnt sich müssen wir den eigentlich was mir gerade einfällt ähm müssen wir den zerlegenen Fisch das weiß ich gar nicht oh was ist das denn hier äh weitermachen ich wollte gerade mal ein Bildchen machen aber irgendwie kommen wir dann ins Menü das wollen wir ja nicht so das sieht gut aus sehr gut aus boah sieht das Hammer aus sehr cool ok rot haben wir es da so so und dann wenn wir den nächsten Morgen machen ach genau das ist ganz gut ich wollte nämlich irgendwie zerlegen nochmal eben gucken hier wie das da aussieht ob wir was mit Gerd lesen oder eher weniger ähm upgrade ne da wollen wir nicht wir wollen mal eben ins Logbuch gehen äh ne haben sie nichts von geschrieben kann ich den denn irgendwie abschließen mit was ne ist da nicht drin ok dann werden wir jetzt eben Penn gehen und dann werden wir uns da wieder hinsetzen beziehungsweise erstmal ablegen hier und dann werden wir sagen wir möchten gerne das geht noch gar nicht das geht noch gar nicht wir müssen nochmal Penn gehen ah hätten wir doch dann skippen wir nochmal jetzt sind sie weg verdammt 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 das war jetzt das war das war nicht gut hätte ich dran denken sollen ah die sind ja nur für eine gewisse Zeit da jetzt habe ich mein Geld gerade verplempert das ist nicht gut das war nicht gut Leute hm ok dann müssen wir es nochmal machen ah das ärgert mich jetzt das ärgert mich jetzt Leute müssen wir nochmal zum Fischmarkt und jetzt sind auch die unbaited longlines weg das gibt es ja nicht das muss ich neu kaufen so so das ärgert mich jetzt scheiße muss ich sagen nee das ist ärgerlich jetzt mhm nee 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 Leute 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 das darf nicht passieren das muss man so sagen ganz klar ja Das ärgert mich jetzt dermaßen. Naja, Leute. Müssen wir nochmal ran? Müssen wir nochmal ran? Das können wir nochmal... Das war echt ein Gedankenfehler. Aber sowas gehört dazu. Oh, was haben wir da denn? Was ist das denn? Fisch? Äh, Fisch. Für ein Boot. Okay, dann geht's weiter. Und zwar nach hier wieder. Das muss eine gute Stelle sein. Heute ist bedeckt der auch, ne? So vom Wetter her. Okay, haben wir das auch gemacht. Und dann müssen wir nochmal da hin einmal. Zack. Müsste klappen, genau. Ah. So, weiter geht's. Na, das hat mich jetzt wirklich geärgert. Das ärgert mich immer noch. Übelst gerade hier. Okay. So. Na, gucken wir mal. Der ist rot. Das ist nicht gut. Sehen wir denn nochmal, wenn wir jetzt was setzen. Lass uns erstmal da hinlösen wieder. Unser Tank. 25 Prozent, ey. Das kann nicht sein. Das heißt, wir müssen ja sogar erst tanken jetzt. Oh Mann. Das ist eine richtige Fail-Folge, Leute. Das ist echt eine Fail-Folge. Okay, äh. Aber gehört dazu. Wisst ihr? So. Wenn wir da hingehen, eben tanken und dann wieder da hinfahren. Und dann sollte es vielleicht auch auf grün sein. Und das ist ja gar nicht so schlecht grün. So. Aber wir haben das Angebot ja noch nicht, äh, oder den Job noch nicht verkackt. So muss man ja sagen. Also es ist noch alles super in Ordnung. So. Nichts hier verkackt. Alles gut, Leute. Jetzt haben wir das auch grün. Und jetzt düsen wir da mal hin. So. Ach, jetzt aber zum Schluss der Folge müssen wir jetzt noch mal alles rausholen. Es hätte so schön sein können. Und wir machen das so umständlich. Hauptsache, das klappt jetzt mit dem Angeln. Mit dem Angeln. Ich sage immer Angeln, aber was ist das passende Wort? Oh, Fischen einfach nur vielleicht. Uh, 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 uh. Wir sind ein bisschen schnell unterwegs. So, ist besser. Jetzt angeln wir uns mal wieder ein bisschen ran. Ähm, ja. So. Und jetzt müsste es gleich fluppen. Wollen wir doch mal gucken hier. Ja. Jetzt aber, komm. Her mit dem Seelachs. Gut. Wunderbar. Gut. So. Weil wir wollen ja auch bei unserem ersten Job, dass der Kunde zufrieden ist. Ja, okay. Okay ist okay. Okay. Flipp. Perfekt. Besser geht es ja nicht. Nice, Leute. Perfekt. 22%. Perfekt. Perfekt. 27%. Gut. 30%. Ist in Ordnung. Aber neben dem Job verdienen wir jetzt sozusagen auch, wir können Rotbarsch wieder verkaufen. Also wenn das, wenn das klappt. Also wenn das, wenn das klappt. Ich glaube, schwankende Preise gibt es hier nämlich nicht. Also zumindest habe ich es noch nicht gemerkt. Und gesehen. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt auch noch. Ja, moin. Ja, moin. Also das scheint ja nichts vom Garten. Also vielleicht müssen wir das ja nicht. Das wär's ja noch, ne. Hätten wir das jetzt garten müssen. Also zerlegen müssen. So. Dann, äh. Ja, dürfen wir nochmal raus. Und dann schaffen wir das vielleicht sogar von der Zeit her nicht. Und das wär natürlich richtig, ja, problematisch. Oder dürfte problematisch werden. Dann, da würde der Spaß aufhören. Jetzt seh ich gar nicht meine Bojen. Da sind sie. Da sind sie, Leute. Oh mein Gott. Ah. Einmal ein bisschen drehen. Google. Ah, wenn da gleich eine Welle kommt. Ja, das mein ich. Dann, äh. Ja, hört auch der Spaß auf. Oha. Die Wellen, die könnten uns doch Probleme. Alter Schwede. Das ist schon krass. Gerade. So. Jetzt wieder vorwärts. Und dann können wir da eigentlich, misst das klappen. Hoffentlich. Boah. Nee. Mein Gott. Was ist denn hier los? Ist ja der Wahnsinn. Ist ja der Hammer hier. Wo ist unsere Boje? Da ist sie. Jetzt müssen wir irgendwie rückwärts ran. So, jetzt aber. Komm. Es will nicht. Es will nicht, Leute. Es. Der Wellengang ist zu stark hier. Komm. Irgendwie müssen wir uns jetzt meistern. Da war's doch gerade. Warum ging's gerade wieder nicht? Ich meine mit. So. Er nimmt das. Da nimmt das nicht an. Oh Mann, Leute. Das ist. Das ist eine Folge. Da brauchen wir schon wieder stärkere Nerven hier. Was ist denn hier los? Oh, jetzt könnte es vielleicht. Nee. Wir werden einfach. Wenn das Problem ist. Der Wellengang ist genau so, wie er nicht sein sollte. Wir haben einfach die Bojen. Oder wie sagt man da? Falsch gesetzt. Ach. Komm jetzt hier. Noch nehme ich es mit Humor. Aber gleich nicht mehr hier. Kann doch nicht sein. Der Fisch muss raus gleich. So. Jetzt drehen wir uns hier irgendwie. Das wäre vielleicht ganz toll. Aber wir werden schon wieder weggedrückt. Oh Mann. Das gibt's nicht. Das wollen wir jetzt hier meistern. Das ist hier eine Aufgabe. Die müssen wir hinbekommen. Leute. Das ist genau dasselbe wie. Ja. Wie soll ich sagen. Wie das zerlegen. So. Nee. Pass auf. Wir machen das jetzt anders. Wir drehen jetzt hier nochmal so. Pass auf. Jetzt kommt Profitipp. Mal gucken. Es gibt auch zu viel Gas. Das glaube ich nämlich. Guckt euch das mal an. Der Wellengang hier. Okay. Jetzt könnte es vielleicht. Wir kommen. So. Jetzt vielleicht. So. Jetzt. Vielleicht. So ein Wellengang. Das wäre jetzt genau. Kommen wir aber schnell wieder weg. Ja Leute. Es nützt nichts. Wir müssen nächste Folge nochmal gucken hier. Ich werde hier mal gucken. Was wir hier anlegen können. Und da würde ich sagen. Bis zur nächsten Folge. Und. Ja. Schiff Ahoi. Tschüss.